Streitende Eltern sind für Kinder Stress. Kinder lieben ihre Eltern und wenn sie merken, dass zwischen den Eltern gerade Disharmonie besteht, dann ist es für sie eine schwierige Situation. Sie mögen immer beide Elternteile und zu merken, dass diese beiden gerade nicht gut miteinander können, ist daher eine anstrengende Erfahrung. Gleichzeitig Menschen, die miteinander leben, sind nicht immer einer Meinung, sind nicht immer nur parallel unterwegs und haben alles vorher abgesprochen. Menschen sind nun mal menschlich und da gehört auch Auseinandersetzung, da gehört auch Konflikt immer wieder einmal dazu und für Kinder ist auch das eine Lernchance zu sehen, wie man mit Konflikten umgehen kann. Wenn wir wollen, dass unsere Zwistigkeiten auf der Erwachsenenebene für die Kinder sozusagen positiver wahrgenommen werden können, dann ist es ganz wichtig, dass wir bei aller Auseinandersetzung, dass es uns gelingen möge, hier nicht die Person des anderen abzuwerten, also sozusagen auf der Sachebene zu bleiben und nicht auf die persönliche Ebene zu gehen, nicht beleidigend zu sein. Das wäre ein wichtiges Element, weil dann Kinder erleben können, dass man in der Sache anderer Meinung ist und trotzdem einander mit der gleichen Würde, mit dem gleichen Respekt, mit der gleichen Achtsamkeit begegnet. Das heißt, Kinder brauchen nicht die Erfahrung, dass Eltern immer einer Meinung sind. Kinder brauchen aber die Erfahrung, dass ihre Eltern achtsam, respektvoll miteinander umgehen, gerade in den Situationen, wo sie anders denken, andere Wünsche haben, anderen Fokus setzen und das nicht nur in einer gelassenen Sprache tun, sondern eben auch in lauterer Auseinandersetzung. Was man immer mitdenken darf, ist, Kinder haben ganz feine Antennen. Das heißt, selbst wenn wir es nicht vor ihnen machen, kriegen sie so etwas mit, spüren sie so etwas. Und auch das ist etwas, wo wir achtsam sein müssen, dass man vielleicht auch so etwas sagen kann wie, ja, da sind wir jetzt gerade ganz anders oder das will der Papa anders als ich oder das will die Mama anders als ich, so dass es für die Kinder einschätzbar wird. Je größer die Klarheit und je stärker es uns gelingt, bei aller Zwissigkeit, bei allem Streit den Kindern zu vermitteln. Das ist etwas, was auf unserer Ebene stattfindet, zwischen Mama und Papa. Das bezieht sich nicht auf euch. Wir haben euch lieb. Wir haben euch sehr lieb. Wir haben euch absolut lieb. Trotzdem müssen wir gerade etwas miteinander ausmachen. Oder bei uns ist es gerade schwierig. Das kann momentan sein. Das kann länger sein. Dann bekommen Kinder mehr die Sicherheit, dass sie selber weiterhin von beiden Eltern geliebt sind. Kinder suchen ganz oft bei sich die Ursache, wenn Streit unter Eltern ist. Und sich dessen bewusst zu sein, dass unsere Zwissigkeiten für Kinder Unsicherheit bedeuten, kann uns vielleicht die Kraft geben, hier anders miteinander umzugehen. Nochmal, Konflikte gehören zum menschlichen Leben dazu. Auch zwischen Eltern. Auch das ist ganz klar ein Teil des menschlichen Lebens. Für die Entwicklung von Kindern, von Jugendlichen wünsche ich mir, dass es möglich ist, Konflikte auf der Sachebene zu bearbeiten. Selbst große Konflikte. Und nicht auf einer verletzenden persönlichen Ebene. Denn dann können die Kinder ihre Sicherheit behalten. Begleitung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020